Religion, egal welche Religion, rettet dich nicht. Allein Jesus Christus rettet dich. Buddha rettet dich nicht. Papst rettet dich nicht. Mohammed rettet dich nicht. Weil er tot ist. Aber Jesus ist lebendig, Halleluja. Mohammed ist tot. Jesus ist aufgestanden und lebt, Halleluja. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat den Satan besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Und er regiert den Himmel mit Macht. Und er kommt wieder, mein Freund. Weil die Bibel wahr ist. Die Bibel ist wahr. Alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Wenn die Bibel sagt, dass du ohne Jesus Christus verloren bist, ist das wahr. 3.682 erfüllte Prophezeiungen hat diese Bibel. Wo die Menschen sagen, das ist ein altes Märchenbuch. Die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel ist Fakt. Und das O.